Ich wollte 2020 mit dem türkischen Marsch einem Betonwerk verabschieden. August von Kotzebun ist ein deutscher Dramatiker, Bildung komponierte auch einfach für zwei von ihm geschriebenen Stücke. Eine ist der Röhne von Athen und die andere ist Königsteppen. Budapest bestand zu dieser Zeit aus drei äthernden Teilen, ob Buda, Buda und Pest. August von 12 wurde dieses gleichnahmige Stück von Kotzebun, Pest, vorbereitet, um die Erlösung des neuen grünen Theater zu feiern. Zu Beginn der Arbeit beginnt die Verteure mit dem Singen der Arbeit, dann sind die Arien, Duette und dieser berühmte türkische Marsch in der Arbeit enthalten. Diese Musik stammt eigentlich aus sechs Variationen, die Bitton für das Klavier komponiert hat. Das Werk stammt aus Opus 176, das 809 komponiert wurde. Später hören wir dieses Thema in der Opus 113, also in dem Wert, das ich Ihnen jetzt spielen werde. Wir hören es auf Opus 113, das heißt in diesem Wert wissen wir, dass er 1811 angefangen hat, das Wert zu schreiben, weil er es 1812 fertiggestellt hat. Mal sehen, ob Ihnen diese rhythmische und lebende Marsch gefällt. Ich warte auf Ihre Kommentare unter dem Video. Vielen Dank! Ich warte auf Ihre Kommentare. Ich warte auf Ihre Kommentare. Und dazuistics auf Ihre Kommentare. owned die für den Misch новartigsten. Ich warte auf Ihre Kommentare. Nichtzur gravitast zurück. In den gibt es darer Mona. Wir sagen, wir kennen die Mikrog der Hut bayer dieser Höhlen. Amen. 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 Amen.